Es gab eine lange Pause vor eurem Album Minor Earth, Major Sky. Was war los? Wir wollten einfach was anderes machen. Maximal zehn Jahre kann eine Band überstehen, ohne dass sich die Mitglieder neu orientieren. Urlaub? Nein, wir haben wahrscheinlich härter gearbeitet als zuvor. Wir wollten einfach wissen, was wir sonst noch machen könnten. Ich habe gelesen, in eurer Kindheit wolltet ihr mal größer als die Beatles werden, vielleicht nicht ganz so groß, aber sind die Träume wahr geworden? Man muss seine Ziele hoch ansetzen. Das machen wahrscheinlich viele Gruppen in Norwegen. Als wir das taten, glaubten wir, uns international durchsetzen zu können. Und natürlich schielt man immer auf seine Idole, aber die sind so weit weg. Im Nachhinein scheint es ein bisschen naiv, mit so einer Gruppe konkurrieren zu wollen. Aber man soll die Hoffnung nicht aufgeben und man soll sich hohe Ziele stecken. Erzählte deine Hoffnung und sich hohe Ziele hoch auf. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020